Bäh, leh. Mit Fetten. Mit Fetten! Nee, mit den bekannten Verdächtigen, wie zum Beispiel dem Erci, den Dragon, den Brian, den Chris und mir! Und jetzt ist das was? Oh, ja, da war er unser Einsatz. Nein, schon, aber irgendwie kam da nichts. Ich war nur verwundert, dass ich als Verdächtig bezeichnet wurde, weil ich noch nicht einmal mitgespielt habe in den Aufnahmen. Da ist jemand gestorben von direkt. Das macht dich schon verdächtig, wenn du mitspielst. Ja, das stimmt. man kann keine türen öffnen auf dieser map das ist schon mal schade aber das nämlich mal so hin da kann man kontaktiert hier auch nicht aber wo ist denn jeder eine gestorben ich weiß nicht ich bin unschuldig also er war's für die gold war das schon mal der chris der chris will mich wenn das hilft auf oder abgesehen schrotlinter man hätte auch einfach die waffe wechseln können es gibt eine abgesägte schrotflinde sowie der ich weiß nicht wer es vorgelesen hat wenn man dann diese waffe nicht wechselt dann tut es mir auch leid also nicht man kann sein aber es auch innocent weg sind wörter oh ich bin Dete das heißt wenn du wenn du weißt dass du ein abgesehen schrotter hast ja ne nicht schon wieder das ja man gucke mal woher will ein innocent fissen oh er zieht das aber glücker ja ich hab mir auch krank gedacht er ist mal fast runtergefallen der kriegst du wieder bei mir oh oh weg hier obwohl ja scheiße ne oh ich werde springen ich werde springen und keinen interessieren fuck nein spring nicht springe nicht das heißt wieder alles er zieht das war gut ich kann nicht reden ich bin fast in die mütze irgendwo gehen ich hab keinen bock runter zu laufen gleich ja das ist echt ein bisschen gefährlich dem erz jetzt schon erwischt ja frechspiel hä was ist denn da gerade explodiert ich wurde irgendwie angeschossen oder so ich hab nur noch mal angeschossen oder so ich hab nur noch mal angeschossen oder so ich hab nur 5 mal 30 Leben mal sehen dann muss es ja ja der Tobi sein dann muss es wohl jemand anderes sein weil RT ist tot und Dweckon wird angeschossen und Dweckon war die ganze Zeit bei mir äh Dweckon ist komisch weiß ne Dweckon und Dweckon wird selber angeschossen ha wer kommt denn da drauf vielleicht ist ein explosives Schatz äh Schatz da ist ja irgendwas explodiert dort unten ein explodiertes Schatz wo hast du den schon bekommen da unten ja da unten bei einem Fässern aber die waren schon explodiert ne ne komisch nachdem die explodiert werden wir gleich sehen wenn Tobi oder der Tobi sind ein anderes Traitor also ich töte jetzt Dragon wenn ich ihn sehe genau er ist nämlich sehr verdächtig er ist nämlich Hitler Hitler confirmed oh confirmed Hitler ja ja falsch ah diese durch ständigen Drehungen ey manchmal hasse ich den Wendomat aber meistens der cool ich sehe dich Tobi ja dann schieß mich doch ab ja oie oie bevor ich es tue hast du auch Schatz neu ach da so Tobi hallo ach hey boah ich will schon doch gegen Wände laufen ich warte einfach die Zeit ab hier findet mich eh keiner aber wir haben ja genug Zeit dann ist es bestimmt Chris warum ich? ja detective das ist ganz lang dieses warum ich das ist schon so verdächtig das Problem ist ich war ganze Zeit bei detective die sind jetzt der Chris ab ich treffe ihn nicht Brian Tobi war's doch nicht hä? Warte nicht hinter man man der hat mir eingedrückt mich umzubringen und hast du jetzt gekillt? ja man ja also du oder Dwegen aber ich glaube jetzt jetzt glaube ich ein du ja du hast du dich verdächtig gemacht du hast den Hindo gekillt außer ihr hattest Second Chance konfirm noch mal deine Leiche äh scheiße ich bin einfach vorbei geladen shit zurück gehen wenn die nicht mehr da liegt ist tobi wieder am leben ja ich gleich ist weg verdammt wenn ich jetzt auch sagen eine minute haben wir weil pro kill kommen 30 sekunden obendrauf jetzt nur nach 56 sekunden anahmen schauen dass ich sehen 50 sekunden siehst du das ich zähle eine minute so ich hatte dich anstechen habe ich mich einfach gedreht die weißer von chris weg laufen mit mir gerade zeit holen ich habe mich lieber von dir weggelaufen ich glaube fester sie bei mir explodiert oder das war nach dem fester exklusionsschaden bekommen hat ja vielleicht war noch irgendwo fester die dadurch auch explodiert sind aber er hat gelogen ja dadurch hab ich auch in den twitter vertraut und ich fall da einfach runter ja dass ich da sich dragon versteckt hat äh konntest nur chris sein oh wir sind schneller yeah aber nicht arg viel das ist okay ne 50 prozent nur ja 100 sind geil oh man kann sogar 50 prozent schneller nachladen naja alles schneller komplett so da ist der chris mit ner schrotze ja sogar wachen ist schneller ich war keine zeit hinter dir aber egal ich hab dich jetzt erst gesehen ernsthaft ach mann bryde warum bist du so detektiv noo damit du mich nicht töten kannst ja das ist halt der einzige wahre detektiv yeah confirmed man sollte nicht rechen nee warte liberal konfirmt liberal er kriegt es eh der hitler unter uns ja ich bin doch immer oh oh immerhin drehen wir uns nicht das ist schon mal gut ja so kann ich zumindest runterfallen ey das sah aber lustig aus ich musste es ja wieder auf die spitze treiben aber ich liebe ihn oh ich wurde angeschossen Tobi Tobi ist Traitor bald oh er hat ähm second life nee warte hä lol scheiße nein ich hab keine munition scheiße ich hab nur 8 munition das war blöd immer bin ich der leidtragende ey ah und second chance hat natürlich nicht funktionieren detektiv gaw NEIN pah pah scheiße aha schade schade ohne negef die ist stark ja aber die map ist nicht so gut nee wir hatten die ausgewählt Brian ne turmoil jahr ja deshalb wählt ihr auch mal the detective also erinner mich vieler detektiv gar keine trader fallen, das ist blöd. Hi Tobi. Hi. Detective! Ernst Tag. Ja. Oh, der dritten bei mir. Hast du irgendwas bezahlt oder was du immer wirst? Guck mal, 300 haben wir jetzt. 300 hast du Leben. Bist du wieder innocent, ey. Lars, die wird jetzt scheiße für den Traitor. Ich glaub, der Chris ist ja schon wieder. Warum sagst... Tobi... Tobi sagt immer, ich wär's. Ja, aber das stimmt ja dann auch in dem Fall. Die letzten zwei Male, wo ich's gesagt hatte, hat's gestimmt, also... Ich verfolge ihn jetzt mal. Will wieder schneller sein. Er kann sich jetzt kein Boomerang mehr kaufen, jedenfalls. Und da ist er Ende. Ende Gelände, Ende Gelände, Ende Gelände, Ende Gelände, Ende Gelände. Ende Gelände. Ende Gelände. Ende Gelände? Gibt's doch irgendwie kaum Waffen. Ich geh immer nur ne Bullshit ab, ey. Ich hab's zumindest das Gefühl. Hey! Ich einschließen! Komm mal nicht hoch, doch. Komm mal, also. Perfekt. Warum hab ich auch immer zu viel Leben? Ja, fang, fang, fang. Fang, fang. So. Wow, äh. Wer ist dahinten? Uh! Ich hab' versucht, da hochzukommen, aber das geht nicht. Hey, Brian! Ich werde springen! Ja? Nicht springen! Ich bin DT, ich verbiete's dir. Triss! Triss! Triss ist weiter! Hab ich's doch gewusst. Ich sag's doch. Ihr müsst mir einfach vertrauen, Jungs. Okay. Also der will aber gleich wieder springen. Ja, 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 ja. Aber dann hat er nur noch 100 Leben, das ist gut. Ja. Meine Negev ist fast ab. Ich hab 100 Schuss an dem verbraucht. Ja, das ist halt. Das ist alles wein, okay. Ja, es gibt ja die normalen Spawns. Ich weiß nicht, wie ich das dann soll. Das war so geil. Das war der Springer. Pfff! Hat der Bumeral trotzdem einen Schuss gemacht? Nee. Nee, ich hab' mit einer Schrottflinde gekauft geschossen. Ja, das ist der weggeflogen ist, hab' ich gesehen. Ich hab' mir verboten. Ich hab' mir verboten. Sich umzubringen. Ohne Shotgun. Ich will auch. Also für einen. Nächste Runde Detektiv. Wenn. Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ey, dann musst du ihn aber bannen. Confirm. Detektiv. Ich bin nächste Runde Detektiv. Oh, nee. Ich war ja immer Detektiv. Worte von. Sechs. Vier. Vier. Komm, Detektiv. Komm, komm. Ah. Wer hat mal Detektiv laut? Schon wieder. Ich muss das, ey. Ich glaub, Chris ist Trader. Finde ich nicht, aber egal. Oh, what's in another way? Wuhu. Noch nicht so wieder. Nein. Ich weiß vielleicht nicht. Es gibt so viele Random Events bei dem Renormat. Und jedes Mal kommt der selbe Scheiß. Und das kommt immer die gleichen raus. In dem Sinne. Ja. Die 300 HP, okay. Das ist nett, aber es ist halt auch nicht so. Aua, aua. Ey. Hey. Alter. Die ist in und killt mich fast für nur 6 lives. Warum? Warum? dann ist es RZ experiment. Warum töteten uns, Alter? N ice. Ich bin's nicht. 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 Na, dann versuch's mich zu finden. oder vielleicht doch der brian warum weiß ja nicht so halt auch scheiße mein gott man kommt hier nirgendwo rauf weil man sich die ganze zeit drehen eigentlich ist es einfach jeden ab der mir in die quere kommt okay bist du dir helfen wir hier immer diese drehungen die andere richtung 180 grad gedreht ja das passiert auch manchmal aber wenn nicht in den tod laufen das wäre scheiße ich bin 100 prozent ich habe da wieso schießt du dann noch weil du mich fast gekillt hast obi aber du hast ihn gekillt du bist weiter wo ist denn die da ist eben schon wollte ich gar nicht laufen ja sonst noch jemand da sie sich gut aus vielleicht ich bin noch da vielleicht beruhigt dich das ja nicht wirklich so aber ich habe versucht ich hatte ihn auf sechs leben runtergeschossen hat komisch weiße grünen namen du hast mich auch auf sechs runtergeschossen habe ich was gekauft so damit sind wir mit der folge ankommen bis zum nächsten mal und tschüss tschüss